hallo ist der martin von money monkeys dass die dax analyse für nun mittwoch mittwoch den 21.09 2022 und unser dax der kleine schlawiner der weiß genau was er hier verkehrt gemacht hat ich habe das so schön beschrieben wie er sich auch nach dem starken montag bestimmt noch mal hochdrückt 9 35 13.000 13.060 sich dann dort gegebenenfalls wieder eintritt und das gleiche macht wie letzte woche dienstag nämlich komplett nach unten durchtauchen bis gut und gerne wieder 700 zurück ja das war die idee im ansatz auch erkennbar aber hat die 935 schon genommen fand ich ein bisschen früh bisschen schade eigentlich weil natürlich auch dieses sks szenario so weiß ich nicht wirklich so nicht anziehen wollen also das wäre mir jetzt ein bisschen zu zu schief und zu wackelig kann zwar trotzdem eine werden oder ist sogar nach definition auch aber es ist in der regel so dass sks formationen sind die kann man man kann relativ viele sachen eine schulter kopf schulter formation rein interpretieren die die aber richtig schön klappen die die auch ins ziel laufen wirklich punkt genau ins ziel laufen das sind halt die die halt auch wirklich von der symmetrie einfach harmonisch wirken die die passend wirken und das kann ich jetzt hier so nicht stehen lassen also im grunde ja aber eigentlich nein so und jetzt haben wir eine eine tatsache gesehen wir sind jetzt über der 840 845 gewesen wir sind vorher mal unter der 700 gewesen jetzt über der 845 wenn man da jetzt guckt den freitag vorbereitung für montag analysen und so weiter dann haben wir ganz unten viel signal bekommen oben viel signal bekommen haben jetzt neues tief gesetzt unter die 600 und direkt erstmal wieder eine grüne kerze nach oben geschossen also ja es wirkt ein bisschen wie als will er nicht halten also wir will aber wieder oben nach unten das ist aus monatssicht sogar verständlich also die die auch bei uns beim webinaren immer mit dabei sind in den großen chart kennen die wissen ganz genau warum das halt hier so ein gewirker ist auf der zone und warum das auch schon mehrere monate dauert bis der dax sich hier das ist halt eine große langfristige scheidezone halt das darf man immer nicht vergessen und deswegen wird hier halt einfach hin und her geschoben so und ich muss ganz klar sagen dafür dass wir jetzt hier eigentlich ein zwei drei auflagepunkte hatten vierten jetzt in den ausbruch gehen könnten den ersten drauf hatten dann ein kontorsignal nach oben gesetzt haben jetzt ein kontorsignal nach unten was aber eigentlich am neuen tvg kauft und nicht verkauft wurde es ist für mich einfach nur geschiebe das ist für mich einfach nur geschiebe da würde ich jetzt nicht mal unbedingt sagen dass man jetzt hier am mittwoch brachial short gehen sollte weil das tief wieder gekauft wurde und so wenn wenn tief gekauft wird dann ist das eher ein indiz dafür dass er einfach wieder zurückläuft wieder zurückläuft über 830 850 und vielleicht dann sogar noch mal die 13.000 in angriff nimmt also wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig gerade wenn der zum mittwoch nach oben auch rein laufen sollte auch über eine 700 geht oberhalb von 700 kann man direkt wieder anfangen 800 anzupeilen 850 anzupeilen dann haben wir die 935 und 13.000 bis 3060 dann können das sogar von dort noch mal probieren weg zu trainern würde sks dann übrigens immer noch gelten ja ja aber so neue tief wegdrehen ist eigentlich nicht so schick vorher vorher kontern nach oben grüntagskerzen jetzt rote karakter also weiß nicht das ist es ist halt echt ganz schönes gewirke und geschiebe grundsätzlich würde ich es aber trotzdem dann auch so handhaben dass ich sagen würde wenn wir jetzt aber gröte stundenkerzen kriegen auf dem mittwoch unterhalb von 700 dann sind das weiterhin short vorlagen nach unten weiter richtung die 500 aber ich bin es halt auch ein bisschen leid das anzuziehen ich weiß gar nicht wie oft ich auch wie oft wir im premium zum beispiel auch darüber gesprochen hat 500 auch hier an dem bereich 500 immer wieder ein thema hat er nicht erreicht immer wieder dann kommt wieder ein harter konnte dann wird wieder abgeverkauft wie als denkst du jetzt jetzt bricht die ganze welt in zwei dann läuft aber wieder zurück dann kommt er wieder runter dann machte plötzlich einen übelsten bullmann wo du denkst na was jetzt los trendwende oder jetzt geht er richtig ab und boof klatscht wieder alles zusammen dann denkst du okay jetzt ist am neuen tief jetzt rennt er durch was macht er kauft das neue tief rennt wieder nach oben und also ich sag mal macht er so weiter wie die ganze letzte wochen dann rennt er mit wo nach oben raus so und dann sitzen wieder alle da und denken sich na was war denn das ist für eine nummer und von daher oberhalb von 700 das haben wir auch schon sich analysen im hinterkopf wo man wo man so angegangen sind aber es hat eigentlich immer geholfen oberhalb von 700 würde ich sagen oben raus rückläufe gönnen na also 830 850 das locker drin auch 935 wäre noch mal drin selbst 13.000 wäre erreichbar ne und oberhalb von 7000 rumtornt bleibt unter 700 und drückt sich hier weiter runter rote stundenkerzen geht auch unter das tief dann kommt die 500 dann kommt die 430 dann kommt die 370 Punkt So können wir es stehen lassen und wenn dann 370 auch nicht hält 270 und tiefer bis 12.000 runde aber Es ist halt Es passt einfach nicht heute auch wieder mit akw meldung nachrichten hier irgendwie akw undicht und Das sind alles keine nachrichten zu denen ich sagen würde normalerweise Ist das super gut weil dann jetzt der markt Fallen kann Das sind eher so nachrichten wo ich sagen naja dann aber vorsichtig mit der short position Der kommt wird bestimmt gleich wieder nach oben raus gekontert Na also umso negativer die news sind umso schwerer fällt der markt eigentlich und das sieht man hier auch relativ gut Und von daher würde ich einfach ein bisschen aufpassen und oberhalb der 700 einfach kopf runternehmen und dann sagen naja und dann geht es halt wieder zurück Ja Zurückstellen anpassen Und ein bisschen dem kerl aus dem konflikt gehen der sucht der sucht den streit das merkt man also Möchte nicht wissen also hier gab es bestimmt einige die hier gedacht haben jetzt kommt eine schöne drehung rein jetzt probiere ich mein long Ne auch im lastag oder sonst wo da gab viele indizes die da schön nach oben angetriggert haben Und dann und neues tiefen dann das ist scheiße im zweifel sind leute hier rein und hier unten wieder raus Und dann rennt der markt einfach wieder zurück und macht das nächste nochmal ja gut also den marken habt ihr gehört Meinungen zum umfeld kennt ihr auch und von daher würde ich sagen mache ich hierzu wünsche euch gutes gelingen viel erfolg und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss